Draußen Bald ist Weihnachten, eine ganz besondere Zeit Bald ist Weihnachten, die Menschen machen sich bereit Ich bin schon so aufgeregt Nur noch dreimal schlafen und dann ist endlich Weihnachten Ja, ich freue mich auch schon sehr darauf Wo gehört der Teil bloß hin? Ich sehe schon alles ganz genau vor mir Die Kerzen brennen am Christbaum und Man singt Weihnachtslieder Und überall Geschenke Verflixt und zugenäht, irgendwo muss der Tacken durchpassen Und es duftet nach Weihrauch Hilft mir, lieber den Stern fertig zu basteln Ich bin schon so aufgeregt, bald ist Weihnachten Genau, es dauert nicht mehr lange Wenn das stille Nacht erklingt Wollen wir uns beschenken Wollen wir an das Jesuskind In der Krippe denken Bald ist Weihnachten, eine ganz besondere Zeit Bald ist Weihnachten, die Menschen machen sich bereit So, fertig Wie schaut er aus? Wunderschön Unser Stern von Bethlehem Es wird höchste Zeit, dass wir den Stern in die Kirche bringen Allerhöchste Zeit Das Weihnachtspiel fängt gleich an Und der Sternträger braucht dringend den Stern Wie sollen denn sonst die drei Könige das Jesuskind finden? Also los, ab in die Kirche Siehst du, wo der Weg weiter geht? Es ist stockfinster Ich kann nicht einmal die Hand vor meinen Augen erkennen Wie sollen wir jetzt bloß wieder nach Hause finden? Ich hab dir ja gesagt, nimm meine Lampe mit Es kann spät werden Warum muss ich immer an alles denken? Seid still Ich hab was gehört Ich höre und sehe gar nichts Schaut doch, da vorne Da leuchtet was Seht ihr es jetzt auch? Vielleicht kann uns da jemand helfen Hallo, ihr da könnt ihr uns helfen Wir haben uns verlaufen Das ist ja ein Stern Ein schöner leuchtender Stern Was macht ihr denn hier? Mitten in der Nacht? Wir haben uns in der Dunkelheit verirrt Das alles ist uns nur passiert, weil ich die Lampe vergessen habe Ohne Licht kommt ihr in dieser Dunkelheit nicht weiter Nehmt doch ein Stück von unserem Stern Er wird euch den Weg leuchten Was? Du kannst doch nicht einfach unseren Stern verschenken Es ist doch nur ein kleines Stückchen Damit sie den Weg finden Na gut Meinetwegen Aber nur ein ganz ganz kleines Stückchen Danke Ihr seid unsere Rettung Der leuchtet hervorragend Damit finden wir bestimmt den Weg nach Hause Danke Als Lalalalalalalala der mit mir spricht, gib mir ein Licht, gib mir ein Licht. Gib mir ein Licht. Hey Sie, was ist denn mit Ihnen los? Geht es Ihnen nicht gut? Was haben Sie denn? Ach nichts. Aber so wie Sie den Kopf hängen lassen, könnte man meinen, es hat sieben Tage lang geregnet. Ich habe heute meine Arbeit verloren. Mein Chef hat mir gekündigt. Wie soll ich das noch meiner Familie beibringen? Dann suchen Sie sich doch eine neue Arbeit. Sei doch still. Das ist heutzutage nicht so einfach. Ah, ich habe noch eine bessere Idee. Wir schenken ihr ein Stück von unserem Stern. Was? Du willst schon wieder ein Stück von unserem schönen Stern verschenken? Schau ihn dir einmal an. Von unserem Stern ist jetzt schon fast nichts mehr da. Es ist doch nur ein kleines Stückchen. Das gibt dir bestimmt wieder Hoffnung. Das ist jetzt aber wirklich das letzte Mal. Wir haben ja nichts zu verschenken. Sonst kommen wir ja noch ohne Stern zum Weihnachtsspiel in die Kirche. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Euer Stern wird mich erinnern, dass ich nicht aufgeben soll. Schon gut. Jetzt müssen wir aber schnell weiter. Unsere Mitschüler warten schon auf den Stern für das Weihnachtsspiel. Danke und alles Gute für euch. Gib mir ein Weg, wenn dunkle Schatten auf mich fallen. Alte Ängste sich verneuen, tief in meine Seele krallen. Gib mir wieder Hoffnung, dass ein neuer Tag erwähnt. Gib mir ein Licht, gib mir ein Licht. 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 Ihr schaut vielleicht finster drein. Man könnte meinen, die Welt ist untergegangen. Weitchen wird davon nicht mehr entfernt. Warum? Warum? Da fragst du noch. Schau dich doch einmal um, wie es auf dieser Welt zugeht. Überall Kriege und Gewalt. Es ist ein Elend. Mütter und Väter, die mit ihren Kindern flüchten müssen. Unsere Erde wird ausgebeutet und zerstört. Die Urwälder werden gerodet. Die Meere werden leer gefischt. Und die Abgase verseuchen unsere Luft. Und da fragt ihr uns allen Ernsten, warum wir so dreinschauen? Ihr habt recht. Über sowas habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, da könnte man ja wirklich verzweifeln. Wir können jetzt nicht alles verändern. Aber ich habe eine Idee. Nein, bitte keine Idee mehr. Sag nur, du willst schon wieder ein Stück von unserem Stern verschenken. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, die sollten an ihrer Schule einen Aktionstag starten. Unter dem Motto, Abgas sparen, Fahrrad fahren. Ach so, das ist ja eine tolle Idee. Und ich dachte schon. Aber weißt du, die brauchen was zur Erinnerung, dass die Hoffnung an eine bessere Welt nicht verloren geht. Meinst du nicht, dass unser Stern ihnen dabei helfen könnte? Ich wusste es. Es ist doch nur ein kleines Stückchen. Aber das kannst du unseren Mitschülern erklären. Ja, dass uns diese Idee nicht eingefallen ist. Danke euch drei. Wir werden sofort beginnen, eure Idee umzusetzen. Wir laden euch dann zu unserem Aktionstag ein. Aber denkt daran, kommt nur mit dem Fahrrad. Danke, dass ihr uns ein Stück eure Sterns geschenkt habt. Er wird uns daran erinnern, dass man etwas tun muss, wenn man die Welt verändern will. Da gehen sie dahin. Schaut ihn euch an. So einen erbärmlichen Stern von Bethlehem habe ich noch nie gesehen. Jetzt jammere nicht andauernd. Auweia! Wir sind schon viel zu spät. Das Weihnachtspiel in der Kirche hat schon begonnen. Und das ohne den Stern von Bethlehem. Gib mir ein Licht, das mich führt durch dunkle Zeiten. Wenn Verzweiflung, Wut und Trauer meinen Weg begleiten. Und Hoffnungslosigkeit weicht ja zu Versicht. Gib mir ein Licht. 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 Sehr geehrtes Publikum, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Weihnachtsspiel. Was hat sich Maria gedacht, als mit deiner nachfensteren Nacht ein Engel ihr erzählte, du bist die Auserwählte. Mit deiner Dunkelheit hat sich Gott gezeigt, Gott ist nah, Gott ist da. Mit deiner Dunkelheit hat sich Gott gezeigt, Gott ist nah, Gott ist da. Was haben die Hirten gedacht, als mitten in der finsteren Nacht, die Engel sie beschworen, ein Kind ist heut' geboren. Mit deiner Dunkelheit hat sich Gott gezeigt, Gott ist nah, Gott ist da. Was hab ich euch gesagt? Natürlich sind wir jetzt zu spät. Und was machen wir jetzt mit dem Ding da? Ich habe eine Idee. Du mit deinen Ideen. Schau, wie weit uns deine Ideen gebracht haben. Jetzt hör doch zuerst einmal zu. Es müssten nämlich jetzt gleich die drei Könige drankommen, die dem Stern folgen. Wir schleichen uns einfach zum Sternträger und stecken den Stern auf den Stab. Das merkt keiner. Kommt mit. Ja, da seid ihr ja endlich. Gott sei Dank. Wir haben schon gedacht, ihr kommt gar nicht mehr. Ja, es gab ein paar Zwischenfälle. Aber jetzt lasst uns den Stern schnell auf den Stab montieren. Was ist denn das? So einen wickrigen Stern hab ich noch nie gesehen. Ich habe ja gesagt, es gab ein paar Zwischenfälle. Das erzähle ich euch später. Ihr seid jetzt dran. Also los! Was haben die Weisen gedacht, als mitten in der finsteren Nacht ein Stern gemeint vom Zauberhand am dunklen Himmel stand? Mitten in der dunkelheit hat sich Gott gezeigt. Gott ist nah, Gott ist da. Mitten in der dunkelheit hat sich Gott gezeigt. Gott ist nah, Gott ist da. Habt ihr gehört, was sie gesungen haben? Ja, mitten in der dunkelheit hat sich Gott gezeigt. Genau. Und wisst ihr, was das heißt? Was denn? Dass sich Gott uns gezeigt hat. Mitten in der Nacht ist das kleine Jesuskind geboren und hat Licht in unsere Welt gebracht. Ein Licht, heller als jeder Stern. Dann ist ja unser Stern gar nicht das Wichtigste, weil der kleine Jesus leuchtet ja sowieso. Ganz genau. Habt ihr unseren armseligen Stern von Bethlehem überhaupt schon gesehen? Um Gottes Willen, wie schaut denn der aus? Psst, sei doch leise. Da können wir mitten unter dem Stück jetzt sowieso nichts mehr machen. Wir haben ein Stück vom Stern. Er hat uns den Weg nach Hause geleuchtet. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Und mir hat er Mut gemacht, dass ich nicht aufgeben darf. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Und uns hat er gezeigt, dass man was tun muss, wenn man die Welt verändern will. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Für alle, die ihn noch brauchen. So, jetzt kann der Stern von Bethlehem wieder leuchten. So kann es Weihnachten werden. Die Hirten besuchen das Jesu Kind. Und wem besuchst du? Der Ochs und der Esel in der Krippe singt. Für wen singst du? Das Stroh hält das Jesus Kindlein warm. Und wem wärmst du? Maria hält ihr Kind im Arm. Und wem hältst du? So könnte es Weihnachten werden. Weihnachten auf Erden. Keiner müsste mehr einsam sein. Keiner wäre allein. Ein Stern leuchtet den weisenden Weg. Für wen leuchtet den weisenden Weg. Für wen leuchtest du? Ein Engel spricht, dass es jeder versteht. Mit wem sprichst du? Könige beschenken. Könige beschenken den Retter der Welt. Und wem beschenkst du? Josef lacht. Josef lacht, weil's ihm gefällt. Mit wem lachst du? So könnte es Weihnachten werden. Weihnachten auf Erden. Keiner müsste mehr einsam sein. Keiner wär allein. So könnte es Weihnachten werden. Weihnachten auf Erden. Ja, wenn wir füreinander da sind und aufeinander schauen, dann könnte es wahr werden. Dann kann es Weihnachten werden. In diesem Sinne wünschen wir euch allen Fröhliche Weihnachten! Entfernen Tag und der glued den 89. 2 3 2 2 2 3 Musik 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 Musik